Wer ist gedacht, oh ich bin Gamer, wer ist gedacht, du leider Framer, nimm dir eine Maus, ne Tastatur, heute geht uns ab dir... Auf geht's Leute, auf in den Kampf! Hallo! Und wir mit dem Lift fahren? Oh! Habe ich ja völlig vergessen, herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play! Hey! Wieder mit dabei, Most Wanted und Cookie und... Ja, der Mr. Beast musste gerade kacken gehen. Ja, wir spielen hier die Map Anaconda. Falls ihr es nicht bemerkt habt, ich zeige euch sozusagen jetzt ein paar Maps, wo ich eigentlich noch gar nicht Let's Played habe. Und die will ich euch jetzt mal zeigen. Ja, wir sind hier auf dem Schiff, ne. Hoffen wir, dass die Japsen uns nicht angreifen, Pearl Harbor, ne. Und wir spielen hier Seitzur und... Ja, erkläre ich euch mal, was ist eigentlich Seitzur? Weil wir müssen dieses Objekt hier zum Heli bringen, wo wir gestartet haben. Und das ist verdammt schwierig, weil die meisten jetzt da oben campen werden. Oh, Most Wanted gibt uns hier Feuerschutz. Oh, der ist leider tot. Hallo! Ja, und das Objekt müssen wir hier reinbringen. Ja, und dann haben wir gewonnen. Dann haben wir halt 200 Punkte. Mein Ping geht jetzt auch irgendwie hoch. Ne, noch nicht. 104 Ping. Ja, da haben wir D7-CM-OM. Der hat 200 Ping. Oh, weia. Das ist echt schlimm. Das darf nicht passieren. Also, Leute. Gute Arbeit. Noch zwei. Most Wanted kommt wie immer oben. Ich hab German Knife. German Knife? Nice. German Knife schon mal gar nicht. Ich treff den nicht jetzt. Nein. 200 Punkte. Ich bin nur mit Hilfe, was zwei noch da waren. Na, egal. Ja, ich bin sozusagen der Rusher. Im Gegnerteam, der Jerk Knife, ist ja auch bei mir im Clan. Ah, der ist auch bei dir im Clan. Okay, gut zu wissen. Ey, Cookie, wie kannst du hier mit einer AWP zocken, Alter? Es ist... Ja, keine Ahnung. Ich find's... Es ist eher Nachkampf. Es ist ne Nachkampf-Map. Wenn... Wenn ihr bei mir hinhocken und Geräusche hört, tut's mir leid, das ist mein Bruder. Ja. Den hört man deutlich. Den hört man... Den hört man nicht deutlich. Ich hab ihm gesagt. Ich hab ihm gesagt, dass wir Let's Plays machen, aber... Der Junge ist einfach geil drauf, mich zu nerven. Ach, das ist mit Absicht. Ja, genau. Da sind wir mal Brüder. Ja, leider bin ich der Älteste. Nicht killen, nicht killen, nicht killen! Ja. Ja. Achso, da war noch einer. Okay, gut. 200 Punkte, jawoll. Es ist immer gut, wenn da einer oben kämpft, ne? Ich nehm jetzt immer den gleichen Weg hier. Was ist da los? Meinst du mich? Nee, nee. Ich. Ich nehm immer den gleichen Weg. Also... Der ist in allem klar an der German knife. Da kann schon mal gar nichts. Ja, und hier ist hier auch der Left. Was macht der? Den wollte ich grad knifen. Ja, meiner. Nein. Nein. So. Es fehlt nur noch so stylische Vorschulmusik. Ja. Ach, hinter euch, hinter euch. Nicht killen, nicht killen. Ja, hier waren 200 Punkte, nice. Das... Sechs Siege. So, jetzt müssen wir hier verteidigen, ne? Oh! Oh, ja, genau. Das brauchen wir hier im Let's Play, ne? Ja, das ist... Unser Haltung. Das tut mir echt leid. Das tut mir echt leid. Oh, ist recht okay. Ja. Hätte ich nur hier neun Siege gemacht. Das geht hier wirklich schnell. Ich hab nicht gewusst, dass wir hier gegen Noobs spielen. Hab ich auch nicht gedacht. Hallo. Ich bin nicht mal ernst, Alter. Hatte ich nun mal gleich mal Pisten hier. Oh mein Gott, ich treffe ihn jetzt. Wir können doch auch einmal sterben, oder? Ja. Ich bin auch einmal gestorben. Weil ich die Gegner so sehr liebe, ne? Nee. Die sind hier vermischt. Jawoll! Nimm doch alle mal Pistole in der Hand. Damit die Gegner mal ne Runde gewinnen lassen. Damit die ein bisschen Stolz haben. Oben ist einer. Ja, genau. Verliert. Okay. Guck mal, wie der liegt. Boah. Spring runter hier vom Schiff. Most wanted. Komm. Runter mit dir. Lol. Ich bin zu fett. Ja, knall dich jetzt ab. Hier. Ah. Ja. Geh da runter. Ah. Da haben wir gewonnen. Das ist wahrscheinlich gleich Durchschluss, ne? Nein. Ich kriege 200 Punkte. Das ist unfair. Na gut. Ha. Achso. Da waren noch zwei. Okay. Ich dachte, da wäre noch einer. Der soll dich killen. Oder mach Selbstmord. Da ist ein Fass. Ist doch kackegal wo der ist. Ist doch kackegal wo der ist. Ich hab keine Nades. Ja, da ist doch ein Fass. Geh doch beim Fass und schieß drauf. Da drüben ist noch ein Fass. Der fällt es mich aber. Nee, Quatsch. Los. Ganz zärtlich. Loll. Oh, bin runtergefangen. So, jetzt wollen wir wieder mal ernst spielen, oder? Ja. Jetzt spielen wir ernst und dann verlieren wir erst recht, ne? Das wärs. Ja, lass mich doch alleine fahren. So, Anna kommt da. Anna kommt da. Wie ihr seht, die Map ist auch... Da oben her? Ja, so für Nahkampf, ne? Warum fährst du das Ding runter? Ich wollte gerade einen abknallen. Der ist auf K. Lass mich doch. Ich will er auch. Ah, meiner. Meno. Sag mal, wo sind denn die alle? Hallo. Ich will noch einen abschießen. Wo ist er? Wo ist er? Keine Ahnung. Ich glaube, er campt irgendwo im Flugzeug. Komm, wir gehen da rein. Im Flugzeug. Wir campen da. Ja. Wir machen alle zusammen... Komm alle zusammen. Nein, 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 nein. Kuki, komm mal rein. Überraschenden. Ja, warte. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Wer soll das Objekt holen? Ne? Oh mein Gott. Dürfen wir ihn abschießen? Oh, da hat er das Objekt. Boah, das sind aber bequeme Bänke, du. Ja. Voll gemütlich. Tut mir leid. Tut mir leid. Das musst du sagen. Also lassen wir jetzt das durchrennen oder wie? Ne, wir killen ihn. Warte, wer Tomahawk von euch? Können uns hier so eine Barrikade aufbauen? Nein, der soll mal hierher reinkommen. Ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüssi. Ciao. Tschüss.